Es ist Neujahr und es ist ziemlich früh. Mein Name ist Jana Weize von dem Wirtschaftsunion in Freiburg. Wir haben ein Projekt im Rahmen 900-Jahr-Feier Freiburg liebt dich, du liebst Freiburg. Und heute werden wir eine Gemeinde überraschen, die eben genau in diesem Sinne was ganz Besonderes für die Stadt tut. Und da sind wir jetzt hier, um unseren ersten von zwölf Preisen zu verleihen. Kommt mit! 900 Jahre Freiburg, ein Stadtjubiläum, das wir feiern. Mit mir haben drei andere Institutionen, zum einen die Baden-Nova, die FETM und die Stadt Freiburg gemeinsam ein Projekt für unser Stadtjubiläum gestartet. Ein Projekt, mit dem wir verschiedenen Institutionen über das Jahr verteilt einmal zurück Danke sagen möchten. Menschen, die etwas ganz Besonderes für die Stadt tun. Und zwar starten wir das heute am Neujahrsmorgen, sind alle miteinander aufgestanden, um Danke zu sagen an eine Gemeinde, die jährlich hier den Schlossberg vom Müll befreit. Hallo, mein Name ist Hart Baiver. Ich bin von der Ahmadiyya-Jugend hier der stellvertretende Vorsitzende in Freiburg. Und wir haben heute das neue Jahr, wie jedes Jahr, seit praktisch 20 Jahren begonnen mit einem gemeinschaftlichen Gebet, wo wir nochmal in uns gegangen sind. Und dann nach einem gemeinschaftlichen Frühstück haben wir uns aufgemacht nach hier oben auf dem Kanonenplatz, um einfach mal sauber zu machen. Einfach unserer Stadt, die wir so sehr lieben, auch etwas zurückzugeben. Und daher war es für uns tatsächlich dieses Jahr noch eine besondere Freude, dass wir gesehen haben, dass wir den Preis bekommen haben als erste Gruppe mit dem Titel Du liebst Freiburg und Freiburg liebt dich. Das hat uns tatsächlich nochmal gezeigt, okay, es ist tatsächlich angekommen, dass wir diese Stadt lieben. Und daher bedanken wir uns auch nochmal für diese Auszeichnung und werden noch nächstes Jahr hier wieder sein und laden alle herzlich dazu ein, uns mit uns tatsächlich mit einer guten Tat immer ins neue Jahr zu starten.